Das Fahnenverbot der JPG und JPG reiht sich ein in eine lang andauernde Repression gegen die kurdische Befreiungsbewegung in Deutschland. Und diese letzte Maßnahme ist wieder mal ein Geschenk der deutschen Bundesregierung an den Terrorparten Erdogan. Wir verurteilen diese Repression gegen die Kurden in Deutschland aufs Schärfste und wollen dementsprechend von diesem Festival ein Grußwort ausrichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017